Willkommen zurück zu Lost Eden, meine Freunde. Es geht weiter hier im nächsten Tal, in Uluru. In Shamar haben wir jetzt bereits eine Zitadelle erbaut, aber eine Zitadelle reicht natürlich nicht im Kampf gegen Warxdrext. Wir müssen auch in den anderen Trailern helfen, diese Zitadellen zu errichten und außerdem ist die Zitadelle auch nur sehr, sehr schlecht befestigt in Shamar. Also früher oder später müssen wir die auch nochmal verbessern. Aber alles zu seiner Zeit. Und, by the way, der Chong, dieser affenartige Bewohner aus Shamar, der hat uns jetzt verlassen. Der war nur temporär dabei. Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen nach Shamar, dann ist er wieder dabei, aber er begleitet uns nicht in anderen Gebieten. Wäre auch zu krass, weil irgendwann werden die Gruppe so heftig überfüllt, dass man keinen Überblick mehr darüber hätte. Reden wir mal mit Mungo, was der zu sagen hat. Ich bin mir sicher, dass die Ulele in diesem Tal leben. Wow! Hi, Captain Obvious! Natürlich sind hier Bewohner! Das hätte ich euch auch sagen können. Ja, und das sind hier in Ulus so Höhlenmenschen, die immer verdammt wichtig werden. Weil die haben die Objekte der Kraft. Allerdings wollen die natürlich was im Austausch haben. Ist eh klar. So wie es in Rollenspielen so ist, ne? Aber alles zu seiner Zeit. Also, hier müssen wir wieder die Brontosaurier finden. Und natürlich erstmal die... Ulele, die Bewohner. Aber ich weiß, wo die sind. Ne, mich hier. Uh-oh. Go to the Dungeon. Go deeper. Monka S. Na, war Schwierigkeit. Könnte man meinen. Jetzt hat man einen Fehler gemacht. Aber alles, was sich gemacht hat. Hier wohnen die eben halt. Wie gesagt, Höhlenmenschen, ne? Guckt sie euch an. Sind sie nicht schön? Herrlich. UgaBuga. Sind das eigentlich jetzt wirklich Masken, oder nicht? Kann das nicht so wie Lieder. Das ist der heilige Ort. Der mächtigen Ulele. Der mächtigen Ulele. Klingt wie eine Region auf der... Alola-Region bei Pokémon, ne? Ulele. Alola. Naja, just saying. Mein Herr, das ist Ulan. Häuptling der Ulele. Auch als Pfeilmacher bekannt. Als Pfeilmacher? Ja, der hat auch einen Pfeil in der Hand, ne? Das ist, glaube ich, kein Speer. Es soll ein Pfeil sein, ja. Sei begrüßt, Mungo. Freund aller Menschen. Und gegrüßt seid ihr, Adam von Mo. Aus dem Westen hörten wir von euren Erfolgen. Äh, der Höhlenmensch hier, Ulan, der kann besser Deutsch als Tuck. Interessant, ne? Alle haben von Adam, dem Erbauer der Zitadellen, gehört. Natürlich, wir haben eine kleine, popelige Zitadelle errichtet und schauen, haben alle davon gehört. Aber doch kein Stoß, man. Glaubst du selber nicht? Die Ulele brauchen eine eurer starken Zitadellen. Ihr können wir die vorrückenden Tyrannos in diesem Teil des Landes aufhalten. Wir wären euch starke Verbündete. Stark Zitadellen? Die können wir aber noch nicht erbauen, mein Freund. Äh, fehlt uns da was? Nö, die Hilfe der Triceratops. Ich bin der Hüter der Tradition. Schön. Ja, ich glaube, der will nicht mehr mit uns reden. Wir müssen jetzt erstmal eine Zitadelle erbauen für den. Oh, das tun wir, die wir. Die Bordtusaurier finden. Den Pilz haben wir ja schon. Schauen wir uns mal um. Ich gehe jetzt mal systematisch durch. Vor oben, nach unten, weil ich nicht weiß, wie die sind. Sehr mal random. Immer wenn das Spiel neu spielt, sind hier an anderen Orten. Ganz schön, ne? Somit hat man immer ein anderes Spielerlebnis, wenn ihr so wollt. Ist immer wieder anders. Wird einfach random generiert. RNG. Und so. Ganz schön, ne? Die Umgebung. Die Grafik halt, ne? Boah. Für früher, ey. 90.95 Uhr. Es ist so umwerfen, Mann. Und Ulu ist so eine Vulkanregion. Ihr seht schon. Es ist alles so ein bisschen steinig, felsig. Und, äh, ich weiß, dass hier auch irgendwie vulkanartig das Ganze aufgebaut ist. Ich glaube, hier ist auch irgendwo ein Vulkan. Man kann natürlich nicht da hin. Oh, guck mal, was wir hier haben. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ein weiteres Dinosauriernest. Diesmal mit Eiern. Yo, diesmal mit Eiern. Dance Game. Nicht schön. Nicht schön. Aber gut, hat Tuck was zu essen, ne? Tucki. Komm. Es mal ne Runde. Bock auf ne Omelette? Wenn nicht, dann ist es trotzdem. Ich zwing dich dazu. Tuck gehorchen. Gut Ei. Adam nehmen Nest. Tuck nicht will. Hm. Gut Ei. Tuck nehmen Nest nicht will. Äh, oder Adam nehmen Nest. Tuck nest nicht will. Äh. Ja. Sorry. Dass ich diese komplexe Nessatzstruktur nicht so wiedergeben kann. Da ist er mir intellektuell ein bisschen überlegen, ne? Der Tuck. Wo ist es denn leider? Hm. Ja. Kann man so einen Pontosaurier suchen. Wo seid ihr? Kriegt halt keine Tipps. Ist immer so ein kleines Versteckspiel. Versteckspielsimulator auch genannt. Ich lasse ihn. Aber manchmal findet man auch so noch ganz, äh, wichtige Sachen. Deswegen ist es... Schade fehle ich nicht. Oh, sind das jetzt die Pontosaurier? Die Tyrannos. Bitte nicht die Tyrannos. Da müssen wir weg. Das sind die Pontosaurier. Man hört es immer an der Musik. Schön. Da, das meine ich mit vulkanartiger Region. Natürlich mal, ähm, das Gestein an. Sieht sehr feurig aus. Ja, 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 ja. Das ist in der Zeit. Okay, dann... Willst du meinen Pilz? Denn der Pilz, der will's. Ja, erst wollte er nicht essen. Habt ihr es gesehen? What the fuck? Strange. Boah, der Magen knurrt, ey. Diese Pontosaurier begrüßen den Hoffnungsbringer. Gebt ihnen ein Zeichen und sie werden für die Ulele bauen. Ja. Lass mich erst mal aus diesem Menü raus. Sonst kann ich ihnen kein Zeichen geben. Dir möchtest du nicht kein Zeichen geben. Du hast es nicht zu tun, Mumu. Du bist es nicht wert. Du kannst nicht kein Zitadellen bauen. Also hast du dir nichts zu melden in dem Spiel. Mithilfe der Ulele werden sie an diesem Ort eine Zitadelle bauen. Schön. Sehr, sehr schön. In den Ebenen von Uluru stand die erste Zitadelle der Ulele. Nun konnten sie ihr Tal gegen die Tyrannos verteidigen. Naja, eigentlich nicht. Mit dieser kleinen, popeligen Drächt-Zitadelle. Ihr werdet es ja sehen, sieht nicht wieder so schlecht aus. Jetzt gehen wir gleich nochmal zurück zu Ulele. Red mit dem. Er bricht in die Lage. Ist so jetzt so eine kleine Zitadelle. Ey, sie sieht besser aus als ein Schamal. Ja, die sieht wirklich ein bisschen auch was aus. So habe ich früher auch einen Bauklötzen was gebaut. So sah das ungefähr aus. Bei den Schamal waren einfach nur irgendwelche Sachen hingestellt. Im Klatsch richtig. Ah, das sah einfach nur scheiße aus, Mann. Okay. Achso, Ulan ist ja hier eine Party. Mal gucken, was er jetzt sagt. Aber ich gehe trotzdem gleich nochmal zurück in die Höhle. Mal gucken, wie es weitergeht. Ihr habt uns eine Zitadelle gebaut. Nehmt dieses Geschenk von meinem Volk. Schön. Danke dafür. Ist aber noch so eine Tafel. Ich kann euch mal zeigen, was die Tafeln bringen. Also, lehnt euch zurück. Die erste Tafel ist die gefährlichste. Denn es ist eine Verbindung zu Moacus Rex. Meine Kriegehorden marschieren schon und vergießen Blut. Bald werden deine sprögen kleinen Knochen in der Sonne der Tyrannos ausbleichen. Tja, das ist ein Bösewicht, wie er im Buch steht. Wenigstens ein Bösewicht, den man ernst nehmen muss. Nicht wie Bowser zum Beispiel in Super Mario. Bei Gendorf zum Beispiel muss man eigentlich auch ernst nehmen, auch seinen Super Smash Bros. Wo ihm halt der schlechteste Charakter ist. Und als Witzfigur dargestellt wird. Aber was ist jetzt diese Tafel? Wir schauen uns das an. Was war das denn für Bewohner? Ganz komische Sachen. Und wir wissen immer noch nicht, was wir mit den Tafeln machen können. Auf jeden Fall mal zwei von sechs. Und ja, gehen wir zurück zu Ulan. Ulan und seine Lahn-Partys. Die sind einfach nur legendär. So. Hey. Ich hab's getan, was ihr wolltet. Ich bin der Hüter der Tradition. Ja, schön. Und du gibst mir nichts. Ich mach die Drecksarbeit, du gibst mir nichts. Undankbar aus. Pah. Ne, ernsthaft, Mann. So wird ein gedankt. Gibt's doch nicht. So, wenn wir hier alles täuschen, müssen wir jetzt hier, ähm, das Gebiet verlassen können. Ja, ich soll da einfach zum Ende zurückführen. Ich glaube, dann kommt der Eloi wieder. Ich habe Neuigkeiten. Er schießt los. Ich glaube, jetzt kommen auch mal schlechte Neuigkeiten. Nur mit den Zitadellen hier und den Schammer ist die Welt noch lange nicht sicher, Lord Aram. Ja. Deswegen will ich ja weg. Zu neuen Gebieten. Ulan von den Ulele hat recht, mein Herr. Wir müssen die nördliche Grenze verstärken, sonst können die Tyrannos leicht dort einfallen. Koto heißt es, glaube ich, das Tal. Viele seiner Bewohner wurden durch die Tyrannos getötet. Sie werden eure Hilfe begrüßen. Koto heißt es, glaube ich, das Tal. Klingt sehr japanisch. Wer sind diese Leute, Ulan? Was sind die Kobu? Mhm. Was sind die Kobu? Alles klar. Deine dicke Nase. Gut. Das wäre das. Ja. Ich weiß nicht. Kommen wir da jetzt schon hin? Müsste, ne? Ja. Zeigt mir, wo ihr hinmöchtet. Dann geht's jetzt nach Koto. Ah, wir können hier noch nichts erreichen. In Schammer und so. Dann gehen wir hier hin. Ab hier kann ich das spielen nicht mehr so gut wie, ähm, bis zu diesem Zeitpunkt. Weil ich, ähm, ja, das mit meinem Vater einmal gespielt habe und da war ich, ähm, nur bis zum Lul gekommen. Und das hier habe ich dann nur einmal selber gemacht. Wir brauchen nicht lange nach Koto. Und deswegen kann es sein, dass ich jetzt mal nicht mal auf dem Schrauch stehe, nicht richtig weiter weiß. Weil ab hier, hm. Aber das sehen wir mal. Und so brach Adam in östliche Richtung auf, um das Volk der Kobu im Tal der Koto zu treffen. Boah, das muss eine Hitze sein. Ab durch die Wüste. Holy shit. Da hast du mir wieder einen, äh, Untergang für mich. Wenn ich selber eine Wüste wäre, oh mein Gott. Ich hab's ja, ähm, mich waren schon 20 Grad kaputt. Oh, ne Wüste, wie viel Grad sind da? 60 Grad? Ich glaube, ich will sterben, ey. Würde ich hier mal nicht verretten. Könnte er mir 50 Monster Energy Drinks hinlegen. Oder 50 Red Bulls. Äh, ich würde trotzdem nicht freiwillig hingehen, ne? Ich würde da wild nicht verrotten. Das wäre gar nichts für mich. Entschuldigt mich, mein Lord. Ich werde davonfliegen und sehen, was es Neues gibt. Drückst dich nur einmal, du kleiner Schlaminer. Drückst dich nur einmal. Na gut. Erkundschaftet hier auch, aber ich, ne. Ich glaube, hier oben müssen wir erst hin. Da gibt es nämlich wieder was. Ich weiß nur nicht, ob wir es neu in dem Part machen. Einen Moment. Holy shit, wir sind gut in der Zeit. Auf jeden Fall machen wir das noch. So, wir sind jetzt in Koto. Und, genau da wollte ich hin. Yes. Yes, yes, yes. Guck mal, was wir hier haben. Hier haben wir den Mondstein. Und was haben wir hier? Mhm. Richtig. Diesen Sonnenstein. Auch wenn es aussieht wie ein Farbklecks. Hehe. Ja, come on. Nee, was haben wir hier? Mhm. Das sieht aus wie alte Zeichnungen, Adam. Höhe, Menschenzeichenungen. Eines Tages werden die Nachfahren der Kotos sie sehen und von ihren Ahnen träumen. Oh, mehr gibt es hier aber nicht zu entdecken. Das sieht aus wie alte Zeichnungen, Adam. Das war es schon. Alles klar. Nicht so eine große Zeichnung oder Inschliff wie in der Krypta. Aber okay. Schön, dass ich das noch gefunden habe. Habe ich gar nicht erkannt, muss ich ehrlich sagen. Nur erkannt, weil ich den Augencursor gesehen habe. Ja. Wir konnten schon mal. Also wenn wir jetzt hier die Bronte... Ja, wobei ich hier lieber erstmal den Wald, weil wir brauchen ja sowieso erstmal wieder einen Pilz. Den Giftpilz gebe ich denen sicherlich nicht. Können wir hier auf den Kopf stellen. Gut. Uh. Schön, schön, schön. Hier sind wir im Meer. Hier könnte ich wieder Apfel reinwerfen. Dann käme wieder... Ein Aquasaurier. Und der würde uns wieder sagen, ja, in diesem Tal brauchst du das und das Objekt, um die Tyrannus zu besiegen. Ja, schön. Schön. Bring mir da nix. Na, jetzt Augen aufhalten. Ja, hier sind sie. Die anderen Pilze lasse ich da jetzt einfach, weil ich weiß, willst du heute nicht, was man an die Giftpilze machen kann? Immer gerne in den Kommentar schreiben, falls das wisst du. Ah, yeah. Ja, da braucht man insgesamt sechs Stück von allererst gegen Ende des Spiels. Aber ist ja schön, wenn wir die schon mal haben. Ah, wieder mit Eier. Okay, Tug, mach dir diesmal ein Over-Easy. Oder mach, was auch immer du möchtest. Auf jeden Fall. Mach die Eier raus. Geh mir nicht auf Eier. Klingeling, 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 hier kommt der Eier, Mann. Excellent. Gut, ey. Adam nehmen Nest. Tug nicht will. Okay, Adam nehmen Nest. Gib mal her. Das haben wir schon drei. Das ist ja allerlei. Und ich hau alle Gegner zu drei. Und schon ist das Spiel im Nu vorbei. Hier könnten sogar die Bewohner sein. Schauen wir mal. Hola. Damit kann ich leben. Das sind die schönsten Bewohner, ne? Hi, Zurong. Das sind Amazonen. Willkommen, willkommen im Tal von Koto. Ich bin Komala, Häuptling des Kobo-Stammes. Diese Leute sehen wie mutige Krieger aus, Adam. Ja, Amazonen. Seid vorsichtig in dieser Gegend, Fremde. Die Tyrannos sind nie weit weg. Wir bekämpfen sie, aber viele unserer Krieger sind tot. Kann es sein, dass die Nachricht von deinem Vorhaben noch nicht bis in dieses Tal vorgedrungen ist, Adam? Hm. Ich auch, ne? Adam? Ihr seid Prinz Adam von Mo, der das Geheimnis der Zitadellen kennt? Der wenig. I bims. Der Adam. In Koto brauchen wir mehr als eine Zitadelle. Die Tyrannos sind so wild, dass wir sie ohne die Hilfe der Velociraptoren nicht zurückhalten können. Jetzt werden die erwähnt und eingeführt, Freunde. Hört genau hin. Sehr wichtig. Achso, das war es schon. Lol. Ja gut, also wir brauchen die Hilfe der Velociraptoren. Versucht, die Velociraptoren zu überzeugen, dass sie uns helfen. Aber die wollen immer was haben. Nämlich Geld. Die sind Geldgeheim. Dazu im nächsten Part mehr. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Da auch mal, falls euch es gefallen hat. Falls nicht, würde ich das Video wieder fokussieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann im Schauen und haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.